In der Ecke eines Fensters und direkt im wahren Haus sitzt die Puppe Annabella mit den Bären Ladislaus. Annabella weint und jammert, leise aus der Kunst und Schnauf. Weihnachtsabend ist gekommen und die zwei sind nicht verkauft. Warme Bär sollst Annabella, arme Puppe schluss der Bär. Dreht den Kullern in die Ecke und das Herz ist beiden schwer. In dem leeren wahren Hause lächst man langsam Licht und Licht. Nur in diesem einen Fenster, da lächst die Lampe nicht. Annabella und Ladislaus, holt euch hier noch jemand raus. Ladislaus und Annabella, das geht nicht so schnell. Annabella und Ladislaus, holt euch hier noch jemand raus. Ladislaus und Annabella, das geht nicht so schnell. Voller Mitleid mit den beiden lässt der brave alte Mann. Kommt er wach und schließt Gesellschaft diese Lampe an. Dann verlässt er Annabella und den klären Welt ja klar. Und dass der gepresste Stimme, die Bewohlung servus sagt. In der menschenleeren Straße, Abendstill und Schnee verrückt. Kommt er in den beiden in den Fenster, ein betrüblicher Mabel. Kommt er vor der großen Scheibe, von dem Tröpfen leicht wie Pflau. Und draußen gegenüber, denn so mancher Lichter baust. Annabella und Ladislaus, holt euch hier noch jemand raus. Ladislaus und Annabella, das geht nicht so schnell. Annabella und Ladislaus, holt euch hier noch jemand raus. Ladislaus und Annabella, das geht nicht so schnell. Das geht nicht so schnell und nahm in Turme und verschlafen beide schon. Da er tönt in Puppenhause, da das Puppentelefon. Dann fragt der Pferd verschlafen, wie im Kaufhaus Pferd ruft an. Dann vernimmt der eine Stimme und er prummt der Weihnachtsmann. Der Pferd ist aus Erschrocken, was ist eigentlich bitte sehr. Eine schöne Puppenstube, eine Puppe und ein Bär. Das ist alles noch zu haben, ruf die Puppe Annabella. Kommen Sie zum Warenhause und zum Rechts auch bitte schnell. Annabella und Ladislaus, holt euch hier noch jemand raus. Ladislaus und Annabella, nun geht's doch ganz schnell. Annabella und Ladislaus, holt euch hier noch jemand raus. Ladislaus und Annabella, nun geht's doch ganz schnell. Und nur zehn Minuten später, kommt ein Schlitten, kommt ein Ross. Und ein Alter steigt vom Schlitten und ein Schlüssel knarrt im Schoss. Ladislaus, der wiegt und jodelt. Annabella lacht und singt, als der Weihnachtsmann die beiden in den Pferdeschlitten bringt. Und mit diesen Augenblicke, kommt der grabe alte Mann. Von der Wach- und Schließgesellschaft, wieder zur Kontrolle an. Erst nicht grüßt er die Gesellschaft, bringt sie zurück ins Warenhaus. Holt die schöne Puppenstube und dann legt er sie hinaus. Annabella und Ladislaus, holt euch hier noch jemand raus. Ladislaus und Annabella, nun geht's doch ganz schnell. Annabella und Ladislaus, holt euch hier noch jemand raus. Ladislaus und Annabella, nun geht's doch ganz schnell. Und dann sagt er zu der Puppe, frohes Fest mein kleines Kind. Während eine kleine Träne in den großen Schnurrbart rinnt. Frohes Fest sagt Annabella, frohes Fest sagt Ladislaus. Dann wird es dunkel in den Fenster und recht im Warenhaus. Frohes Fest sagt Annabella, frohes Fest sagt Ladislaus. Dann wird es dunkel in den Fenster und recht im Warenhaus.